Wenn ich meine Vettel vorne nehme und rechts reinzoome steht, unter rechts 150. Ah, jetzt kommt hier wieder vom Discord. Schau mal, wir gehen mal näher hin. Langsam. Vorne sind sie, die müssen ein wenig leise sein. Jetzt sind sie im Haus. Nein, sie sind draußen, oder nicht? Nein, sie sind nicht draußen. Es sind immer noch im Vettel. Komm, wir laufen hier rundum, dann können wir sie vielleicht knageln. So kann man gar nicht mehr rum sein, nämlich. Ich glaube, im Hinterhaus sind sie. Ja, es geht eben allen gleich, sie schauen alle die Mäppen an. Ja, ja, das ist geil. East, was heisst das? East Mountain? Ja. Ah, da geht die Tür auf. Da ist die Tür wieder zu. Ich hätte schiessen können, aber es bringt ja nichts. Nein, nein, dafür verraten wir noch was zu tun. Also das... Klappen, meinst du. Ja, genau. Du musst eine Scheisse sagen. Ich höre jemanden. Von vorne läuft jemand rum. Steps. Ja. Bist du geschossen? Nein. Ja. Ja. Der hat verdammt geil zu tun. Ist das neu? Ist das neu? Ist das neu, ja. Scheisse, ich kann da nicht stehen. Scheisse Mücken kommt. Bist du das? Ja. Sag bitte an mich geschehen. Ah, sorry. Ich gehöre immer noch Steps. Ah, da hinten, hm? Wo hinten? Da hinten. Komm, wir rotieren. Nicht mehr dort bleiben. Reicht's? Sehr gut. Da ist er. Jetzt sind sie Zweite. Komm, ich komme. Ich bin Zweite. Weg, weg. Gehe Distanz. Gut, ja. Aber das ist nicht das Bounty Team. Das sind zwei andere. Ja, genau. Also komm, ruhig bleiben. Ruhig schön. Ich höre jemanden. Schade, hast du nicht... Da geht's. Schön. Ich muss mich heilen. Kannst du ihn ein bisschen retten durch? Das war ein Krokodil. Ich probiere ihn anzuzählen. Warte, dieser Hund. Wo ist er? Dieser Hund, da. Ich probiere ihn ein bisschen zu bewegen. Einen Krüeren. Er schüsst auf mich, aber ich sehe ihn gar nicht. Da ist er gerade unter dir. Nein! Er hat mich gehabt. Ah, Saks. Saks. Ah, ich habe nicht drüber geschossen. Ich probiere. Schön. Du lütest, oder? Du dich heilen. Ja! Lauf weg. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Scheisse, scheisse. Gut, vorne. Der alte Body geht. Jetzt kommen wir näher, oder? Pass auf. Ja. Danke. Lauf weg, da. Secker auf den Zugblitze, gell? Jetzt ist der zweite. Binnenein. Schön. Verweck dich durch den Wald. Voll geil. Sie sind vorbei, jetzt kannst du eigentlich die Mecho holen. Ja, aber dieser ist noch dort, oder? Ja, da glaube ich nicht. Ah. Schau mal. Schau mal, schau jetzt. Der Kerber ist immer noch dort. Umher schlägt. Ja, dort ist er. Sehr schön. Das war der Reptil. Jetzt ist noch der Body rumgegangen. Pass auf. Schau mal. Ist das nicht der Body gewesen? Nein, das war der Reptil. Der Body ist weiss. Ruhig. Nein, 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 nein. Ruhig. Wo sind die Blitze? Weg. Die laufen weg. Ah nein, ja, jetzt kommen sie langsam wieder. Ja, schwierig zu zeigen, was sie machen. Ja, sind die die richtig Blitze hinter dem Felsen, nehme ich an. Pass auf. Ja, genau. Jetzt sind sie gerade bei meiner Leiche. Jetzt sind sie bei meiner Leiche. Jetzt sind sie bei meiner Leiche. Aber ich kenne mir nicht aus, wieso schiesst dieses Team nicht auf die? Sind die auch dort? Ja, ich glaube, die sind jetzt beide tot, habe ich das Gefühl. Aha. Jetzt sind sie bei mir. Gut, ich sehe mich. Ja, die sind immer noch schade, dass ich... Ich laufe ein bisschen rum. Hier im Wald kannst du nicht gross... Nein, laufe nicht auf das Feld. Lieb doch im Wald. Es ist aber so schön. Ja, ich weiss, aber im Wald ist mega safe. Wir hinter den Bäumen, ey. Perfekt. Ja, der darf jetzt nicht wahr sein. Was ist das? Nein! Nein, nein, nein! Ich gehe in die Hütte rein. Die Blitze sind weg bei mir. Jetzt kannst du wieder zu mir kommen. Sie laufen davon. Richtig. Ja, die Richtung beim Wagen sind... Ruhig, ruhig, ruhig! Ruhig bitte! Ich meinte, ich habe gerade etwas gehört. Sie sind gerade hier unten im Wasser beim Wagen. Hier oben sind sie. Ja, theoretisch kannst du mehr holen oder die jagen. Ich glaube, ich habe ihn zu schiessen. Ja, theoretisch kannst du mehr holen. Ja, ja, halt hier jetzt. Ja, ja, dann können wir noch ein bisschen Map ansehen. Ist geil. Ja, nicht lange. Du kauf einfach, dass diese jetzt weg ist, gell? Ja, also da gibt es ja gar nicht so etwas. Die nur die jagen. Schau mal auf die Blitze. Die sind weg. Die sind über alle Berge weg. Ruhig! Aha! Nein, das ist deine Frage. Warte, ich höre einen Schritt, ich höre einen Schritt. Ja, ich habe schon einen Schritt. Das ist der Schritt für mich. Nein, ich muss da hinten. Ich bin gerade hinten dran. Okay, ich bin gerade hinten dran. Ach, das ist sehr gut. Wie ist da unten drin, ich habe ja schon den Griff! Es liegt hier unten drin. Ja, das ist sehr gut. Es liegt dort unten drin. Okay, das ist sehr gut drin. Das ist hier unten drin. Ja, es liegt dort drin. Was? Ähm... Mosin? Hm? 620 kostet die. Okay. Wo hast du das Reptil angeschossen? Ah, da unten ist das Reptil. Sehr gut.